Servus liebe Leute, ihr merkt es wahrscheinlich, das Video wird wahrscheinlich wieder ziemlich kurz werden, tut mir schon leid, aber ich habe momentan einfach nicht viel Zeit und es ist auch nicht mehr viel Amüsantes zum Aufnehmen, was glaube ich eigentlich schon, aber ne. Momentan fehlt mir einfach ein bisschen die Zeit zum Aufnehmen, Ferien sind jetzt dem Ende zugegangen oder vorbei, weiß ja nicht, wann das Video kommen wird, auf jeden Fall öffnen wir heute mal eine Riesenruhe, die ich gratis bekommen habe und das war es dann, tut mir schon leid, aber irgendwie packe ich es gerade nicht, längere Videos zu machen, also machen wäre kein Problem, aber das Ganze noch zu bearbeiten, das ist einfach zu zeitaufwendig, muss ich sagen. Aber mein Bruder hat nächste Woche mehr Zeit, da werdet ihr von ihm versorgt werden, ich die nächsten Tage jetzt wahrscheinlich nichts mehr zu hören kriegen, kommt natürlich auch wieder, also das werden wir auf jeden Fall noch kriegen. Jetzt öffnen wir erstmal die Riesenruhe, konnte ich seit gestern nicht mehr spielen, Ballon, Bombenturm, Bomber, geht so, geht so. Na ja, beste Truhe war das jetzt hier nicht, hast du gleich das Royale-Turnier? Was war das? Möchtest du denn eins? Untertitel verfügbar? Ja, das schauen wir mal anders rein. Oh, jetzt gehen wir mal die Silberkiste, vielleicht haben wir da noch eine Legendäre drin, natürlich nicht. Ich werde mir jetzt erstmal gleich die Grundruhe erformen, so ein bisschen nebenher, eben ein bisschen essen und so, ein bisschen chillen, aber ansonsten war es das für heute. Die Truhe war unter aller Kanone eigentlich und dafür ein bisschen gestern gefeiert, aber naja, würde man sagen, haut mal rein und bis zum nächsten Mal. Und ciao, schönen Tag wünsche ich euch noch, auch wenn das Video jetzt so kurz war, dann habt ihr mehr Zeit, zum draußen spielen zu gehen oder was selber zu zocken, meine Güte. Haut rein, bis dann, ciao, ciao. Outro